Hallo Pferdeleute, wir wollten eigentlich gerade mit der Queenie Stangen üben, weil da hinten ist so ein V und auf dem nächsten Turnier muss sie halt über so ein M galoppieren. Und dann ist sie da jetzt auch schön im Schritt schon mal drüber gegangen und dann hat sie sich hingelegt und ich glaube jetzt, dass sie schläft. Das war es dann mit unserem Training erstmal. Guckt, die Augen sind zu, die hat die Ruhe weg. Jetzt hoffe ich ja mal, dass die Larissa irgendeinen Weg findet, dass sie wieder aufsteht. Rolle. Können wir nochmal Sitz? So, paniertes Pferd. Landläufig Schnitzel genannt. Bis zum nächsten Mal, tschö. Vielen Dank.